Omega Big Spoiler Warnung Immer spielte Shit Out of S1 an des 2. Nach einer grandiosen 1 Staffel geht es in die erste Hälfte der zweiten Runde von What's Local Japanese Boy geht Absolutely Fakt. Staffel 2 fängt da an wo Staffel 1 aufgehört hat, naja, besser gesagt ein paar Minuten vor dem Ende von Staffel 1, da wir jetzt endlich herausfinden was mit Bestial Rehm passierte. Mit einem neuen Ziel, sie zurück in die Erinnerungen der Menschen zu bringen, beginnt Supero seine Reise mit einem klassischen Selbstmord. Dazu kommt noch dass sowohl alle Bewohner des Dorfes und der Menschen Gone sind. Super Start Voraussetzungen für die zweite Staffel. Diese Review ist diesmal anders aufgebaut als meine vorherigen, da mir für Rezeo aktuell sehr wenig negative Aspekte aufgefallen sind. Dazu kommt noch dass ich was Neues ausprobieren wollte. Ich segmentiere meine Review in Story, Charaktere und besondere Anmerkungen. Also, let's go! Story Was als allererstes auffällt, ist dass sich die Probleme für Supero ohne Endes decken. Man hat die Dorf- und Unterschlupfbewohner welche durch Emilia befreit werden müssen, dazu Echidna, obendrauf noch gar viel, darauf nochmal Satella, und darauf nochmal Roswell und den Osegi, die Bunnies. Das alles war nur der Unterschlupf. Zu dem Ganzen kommt noch Roswell-Menschen, in welcher Rehm, Beatrice und die Mets von der Assassinen aus Staffel 1 angegriffen wird, dazu kommt nochmal ein ganzes Rätsel welches sich um Beatrice dreht und ein weiterer Angriff auf das Dorf, ebenfalls durch die Assassinen. Man sieht, die Starkes sind höher denn je, so ziemlich alles steht auf dem Spiel. Und es ist extrem erfrischend. Dieser ganze Ark hat 13 Folgen gebraucht, um in seiner Fülle zu stehen, in jeder Folge wurden Probleme addiert anstatt gelöst. Im Gegensatz zu Staffel 1, wo an Art maximal zwei Probleme beinhaltete und innerhalb von 4-6 Folgen gelöst war. Durch diese neue Angehensweise wurde mir auch zum ersten Mal der Grundbaustein von Rezeo klar. Rezeo ist im Grunde ein Krimi. Hör me out. Ein Krimi folgt so gut wie immer einem Detektiven der versucht einen oder mehrere Morde zu lösen. Gute Beispiele sind hier Scream, 7, Memento auch wenn dies ein sehr spezieller Fall ist, das Fenster zum Hof, etc. Der Hauptcharakter löst die Morde durch Beweise, Nachforschungen und dem Deduzieren von Schlussfolgerungen. Rezeo gibt dem Ganzen einen Twist. Es dreht dies um. Soparo ist ein Detektiv, der durch das Responen mit jedem Leben versucht, mehr Informationen zum Lösen dieser Probleme herauszufinden, damit alle die er lieb und gern hat, den nächsten Sonnenaufgang sehen können. Er löst Probleme, von denen nur er weiß da sie noch gar nicht passiert sind. Gutes Beispiel ist der Wahl-Ark aus Staffel 1, wo er sich so oft resetet bis er am Schluss die richtigen Worte für die Adeligen hat um sie zu überzeugen, den Wahl zu töten und zur Menschen vorzudringen. Staffel 2 gibt Soparo so gut wie gar nicht die Chance, mit dem Probleme lösen anzufangen. Bis er etwas zu einem Thema herausgefunden hat, sagen wir mal dass er die Menschen retten kann indem er früher abfasst, so stellt sich ihm ein neuer Parameter in den Weg, zum Beispiel Gaffel oder die Assassinen. Es ist genial durchgesetzt und das Mysterium könnte nicht besser aufgestellt sein. Meine einzige Angst ist, dass das Mysterium zu gut ist. In Animus ist die Lösung von meisten Plotpunkten sehr von den Haaren her beigezogen, zum Beispiel No Game No Life, wo jede Lösung absoluter Bullshit ist. Im Grunde befürchte ich, dass mehrere der Auflösungen sehr einfach sein werden, insbesondere nachdem Roswell zu Supero meinte, dass er nur einen der beiden Orte retten könne. Ich hoffe auf das Beste, und habe Vertrauen dass es eine gute Auflösung haben wird. Charaktere Holy Shit, weh gut, Sam of the best Randnummer. Von Gaffel zu Beatrice, von Roswell zu Echidna und den Hexen, sogar Fakinotto und Supero, jeder von ihnen hat sich nach seiner Einführung sehr gut etabliert oder weiterentwickelt. Fangen wir an mit der neu eingeführten. Gaffel wurde von Anfang an durch seine Schwester als gefährlich abgestempelt, und mit Bakugo als VC ist dies mehr als offensichtlich. Gaffel fällt durch ein prägnantes Merkmal auf, er handelt bei jedem Reset anders. Es wird zwar auf den Gestank der Hexe abgewälzt, ich persönlich denke dass da noch was anderes mitspielt, aber dies ist eine Review und nicht ein Telegram-Post von Attila Hildemann, also bitte die Alu-Hüte abziehen. Durch sein unvorhersehbares Verhalten ist jeder Encounter mit ihm spannenden und dynamisch. Einmal ist er freundlich und zuvorkommend, ein andermal bringt er alle Willage um. Gaffel hat zwar im Großen und Ganzen gerade keinen wichtigen Einfluss auf die Story, jedoch stellt er für Supero jedes Mal einen großen Rotblock dar, den er überzeugen oder überlisten muss um seine Ziele zu erreichen. Als nächstes kommt Erhitna unter die Lupe. Sie wurde bereits im Trailer als fast schon der Endgegner dieser Staffel gezeigt, stellt sich aber innerhalb der ersten Folge als eine nicht sehr vertrauenswürdige Verbündete heraus. Man versteht erst ganz gegen Ende wieso sie Supero hilft, auch wenn mir der Grund als sehr banal erscheint. Doch bis dahin ist jeder Encounter mit ihr spannenden und teilweise sogar sehr unterhaltsam. Sie als Charakter erlaubt es Supero sogar sich endlich über seine Respawn-Fähigkeit zu unterhalten, was für eine der besten Szenen in der gesamten Serie sorgt. Man hat diesen Mount Everest-Zeist-Stein der ihm vom Herzen gefallen ist förmlich spüren können. Erhitna stellt uns gegen Mitte auch die anderen Hexen vor, welche sich in Persönlichkeit und Erscheinen stark unterscheiden. Die Hexen sind zwar nicht sehr stark ausgeführt, da sie relativ wenig Screen-Team bekommen, jedoch kann man innerhalb der 13 Folgen ihre verdrehten Weltsichten und Ziele einigermaßen verstehen. Satella erscheint auch, und bekommt von mir sehr viele Pluspunkte, da auch ihre verdrehte Sichtweise gegenüber Supero sehr menschlich ist. Sie liebt Supero über alles, jedoch nicht auf die absolute andere Weise, wie man es erwartet hätte, sondern auf eine sehr normale und nachsichtige Art. Supero soll nicht nur am Leben bleiben, sondern auch glücklich und mental stabil bleiben, Spoiler, it's a bit to let it for dead. Im Grunde sind die Hexen ein großer Pluspunkt für mich, da jede Erscheinung von ihnen für eine spannende Atmosphäre sorgt. Dazu kommt noch, dass Erhitna in sehr vielen Problemen ihre Finger im Spiel hat. Beatresses Vertrag, das Geheimnis des Unterschlupfes, etc. Man kann sich also denken, dass wir sie noch eine Weile sehen dürfen. Roswell hätte man sich eigentlich schon denken können, dass er sich so entwickeln würde, man wüsste nie warum er Emilia hilft, was seine eigentlichen Ziele sind, etc. Trotzdem hat er mich am Schluss einigermaßen überrascht. Das Gespräch zwischen Roswell und Supero ist zwar sehr kryptisch von Roswells Seite aus, aber wie er hinter Superos Geheimnis gekommen ist ist für mich logisch. Es passt sehr gut zu Roswell auf kleine Details in Superos Verhalten zu achten wie ich schon mehrmals sagte, ich kann das nicht mehr, jedes Mal. Meine Theorie ist es aber, dass er in jedem Leben von Supero im Infos zufließen lässt, die er im darauf folgenden Leben nicht wissen sollte. Sein Gespräch mit Supero in Folge 10, glaube ich war es, ist genial und zeigt, dass Roswell noch kaputter ist als die Hexen. Dazu kommt noch das Evangelion, welches ihm vorgibt was zu tun ist. Roswells NC kennt man nicht, jedoch ist es ganz klar von der übleren Sorte. Er opfert alles mögliche um Supero zu Minmaxen wie ich es gerne bezeichne. Er muss sich also entweder für den Unterschlupf und damit für Emilia, Rem, Garfel und die Dorfbewohner oder für Menschen mit Rem, Friederika, Beatrice und Petra entscheiden. Es sorgt für ein schönes moralisches Dilemma für unseren Helden. Besonders im Isekai-Genre, da es meistens immer gut endet, da der MC alle rettet. Hier hingegen scheint es wirklich so zu sein als gäbe es kein gutes Ende oder eher ein sehr schwieriges Ende für Supero. Roswell ist der Story-Spice der in der vorherigen Staffel gefehlt hat, besser gesagt, er ist ein super Ersatz für Bittlgeuse. Supero ist das Highlight was Charaktere angeht. Noch nie zuvor habe ich so viel Spaß gehabt einem Charaktere so sehr leidend zu sehen. Was ihm zustößt lässt Staffel 1 alt aussehen. Fangen wir mit guten Situationen an. Wir bekommen durch Echidna zum ersten Mal einen Einblick in seine Vergangenheit, welche mich persönlich ziemlich hart erwischt hat. Es ist wunderschön geschrieben und die Auflösung davon ist bezaubernd. Die Art seine Probleme der Vergangenheit zu akzeptieren und offen mit seinen Eltern zu reden passt supe zum ihm. Jedoch finde ich, dass er sich dadurch nicht wirklich geändert hat. Also es hatte keine wirklichen Auswirkungen auf sein Handeln außerhalb dieser Situation. Als nächstes das aussprechen der Respon-Fähigkeit. Mir ist nie so wirklich aufgefallen wie sehr er es aussprechen wollte, doch als er es endlich konnte war es ebenfalls ein herzenszureisender Moment. Großes Lob an Yusuke Kobashi, welcher sein Vorzeh ist. Auf so eine Weise Schmerz und Verzweiflung rüberzubringen braucht echt Talent, und dieses hat er. Alle anderen Momente sind ein Schlag in die Eier für Soparu. Zwischen der Menschen und dem großen Hasen bis hin zu Emilia welche wahnsinnig wird, ist es ein absolutes emotionales Trauma für ihn. Am meisten sticht aber ein Moment heraus. In Folge 12, wo der Unterschlupf seine zwei Herausforderungen zeigt. Der Unterschlupf zeigt Soparu die Parallelwelten, welche er durch seinen Tod zurückgelassen hat. Es gibt die ganzen Story und seiner Fähigkeit eine neue Dimension, welche man sich nicht hätte denken können. Der einzige Charakter welcher die ganze Zeit schon so dachte, war Roswell, was er auch in seinem Tod erwähnt. Es muss nur eine Version gewinnen, damit ich zufrieden bin. Meine einzige Angst ist das Rätsel was Ben angeht schon ausgemaxxed ist. Wie soll man Parallelwelten doppen? Wie schon bei der Story, hoffe ich dass es weiterhin dieses Level an Idee und Umsetzung beibehält. Soparu entwickelt sich außerdem unfreiwilligerweise zu einem Harem MC, und zwar wegen der Hexen. Es ist nur wegen seiner Fähigkeit welche Sattelheim gegeben hat, jedoch scheint mir die Reaktion der Hexen und insbesondere die Echidnas etwas übertrieben. Vielleicht wird es später nochmal ausführlicher erklärt, aktuell scheint es mir aber eher, dass die Reiter nur ein bisschen Harem Fallwärm mit einfließen lassen wollten. Soparus Reaktion ist aber genauso komisch. Er schlägt Echidnas Angebot aus weil sie keine Menschlichkeit hat? Naja, ich verstehe es nicht so ganz. Soparu hat es schwerer denn je, und für mich ist er einer der Hauptgründe die Serie zu sehen, was heutzutage ein bisschen selten ist was Isekai angeht. Hust hust zau hust hust. Ich lasse mal die anderen Charts aus, weil die Review schon lang genug ist. Mein letztes Thema sind ein paar besondere Anmerkungen. Die Musik ist wie immer super, jedoch wurde der klassische ES-Soundtrack ausgelassen. Wahrscheinlich weil er konstant laufen würde. Ab Folge 6-7 wird das Intro weggelassen, es sorgt für 1-2 Minuten mehr Laufzeit und sorgt indirekt dazu, dass man die Schwere der Situation zeigt. Ich finde es aber persönlich übertrieben ab der Hälfte konstant den Zuschauer an die Schwere der Situationen zu erinnern. So, das war's. Rezio Staffel 2 Part 1 ist durch. Ein super Roller-Costa an Emotionen, dazu noch eine super Entwicklung gegenüber Staffel 1. Ein großer Arc mit mehreren großen Probleme statt kleineren Arcs mit einzelnen Problemen sorgt für einen erfrischenden Wechsel. Ich bin Hüpter denn je auf die Fortsetzung und Rezio ist es jetzt mein absoluter Highlight von 2020 was Saisonal-Anime angeht. 19 Traumatik Screams der Sky My Soul 20 Traumatik Screams der Sky My Soul